Hallo, 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 hier ist ein neuer Sportvlog. Heute wieder aus meinem Trainingskeller, mitten in der Nacht. Wir haben wieder kurz vor Mitternacht, da draußen ist es dunkel, Geisterstunde. Und nach dem Training geht's, äh, nach dem Training, nach dem Intro geht's direkt los. Ich habe gestern ein Video erhalten per WhatsApp von unserem tollen Marc Hagenbeck. Das will ich euch erstmal zeigen, äh, er von der Couch, äh, ja, seht selbst. Hi Sascha, ich hab grad deinen Sportvlog gesehen und da hab ich gedacht, ich sende dir mal ganz spontan Grüße von der heimatlichen Couch. Ne, also im Ernst, also ich filme auch von oben, da sehe ich nicht so fett aus. Äh, im Ernst, äh, Respekt, ich glaube du hast mittlerweile 16 Kilo abgenommen oder so, ne? Äh, Respekt für deinen sportlichen Einsatz, mach weiter so, bleib dran und du schaffst es, was auch immer du vorhast, du schaffst es. Jawohl, ich gehe jetzt an den Kühlschrank, äh, hol mir noch eine Schokolade und vielleicht ein Bier und, äh, dann lasse ich mich von meiner Frau gleich ins Bett tragen. Alles klar, tschüss. Das war Marc Hagenbeck, ja, schön von der Couch chips fressen demnächst, wahrscheinlich irgendwie wieder. Ist ja egal, Hauptsache er nimmt nicht ab. Ja, ich mache jetzt Sport, wie geplant. Los geht's mit der Musik, ab jetzt. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.